So sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Soll ich euch nicht etwas kundtun über die Leute des Paradieses? Sie sagten doch, oh Gesandte Allah, beschreibe sie uns. Dann sagte er a.s.w. Das ist ein jeder Schwacher, der bescheiden ist, demütig ist, der wenn er auf Allah schwört, Allah s.a.w. diesen Schwur erfüllt. Und dann sagte er, soll ich euch nicht genauso auch die Eigenschaften der Höllenbewohner beschreiben? Sie sagten doch, oh Gesandte Allah, beschreibe sie uns. Dann sagte er, dass es ein jeder, der stolz ist, der ein Übertreter ist, der die Grenzen Allah s.a.w. überschreitet, ein hochmütiger Mutakabbir durch und durch. Was für ein Unterschied zwischen den beiden Eigenschaften. Die einen sind arm und schwach, barmherzig, sind Leute, die eine gewaltige Stellung bei Allah haben und bei den Menschen unterdrückt sind. Die Menschen geben diesen Leuten keinen Wert. Aber bei Allah haben genau diese Menschen mit diesen Eigenschaften die höchste Stellung bei Allah a.s.w. zu erwarten. Möge Allah a.s.w. uns unter ihnen schreiben. Das sind die Leute, die das Paradies betreten. Dann haben wir die Leute, die das Höllenfeuer betreten. Das sind die Stolzen. Der übertritt, der denkt, dass er tun kann, was er will. Niemand schreibt ihm vor, was er zu tun hat. Niemand darf ihn überhaupt nach irgendetwas fragen. Und er tut, was er will, ganz gleich, ob er damit jemandem einen Schaden zufügt oder nicht. Dr. Vielen Dank.